Moin Moin, Timo hier von DaytraderTools.de und heute möchte ich euch ein kleines Tool vorstellen und zwar den Videoalarm und was der Videoalarm macht, das zeige ich euch jetzt. So und zwar, als erstes gehen wir mal hin und laden uns den Videoalarm runter, beziehungsweise ich habe den hier noch auf, ich mache den gerade mal zu und ich gehe jetzt hier auf die Internetseite youtubealarm.de, so, klicke ich hier auf Download und entsprechend wird das Ganze runtergeladen, ihr bekommt jetzt hier eine Meldung entsprechend, ob das Programm ausgeführt werden soll, manchmal ist die Meldung auch blau, könnt ihr auf jeden Fall auf Ausführen, klicken, es gibt auch auf der Internetseite, machen wir das nur mal kurz zu, hier einen entsprechenden Blog-Eintrag von wegen, ist das Programm ein Virus oder nicht und wenn hier drauf klickt, dann wird nochmal genau erklärt, nein, das ist natürlich kein Virus, es ist einfach nur, dass Windows das Programm noch nicht kennt und wenn ihr diesen blauen Bildschirm bekommt, klickt ihr hier auf weitere Informationen, dann entsprechend auf trotzdem ausführen und dann könnt ihr das Programm installieren. So, ich gehe nochmal auf Download und entsprechend führe das Programm aus, klicke hier auf Ausführen und entsprechend wird jetzt das Setup geladen, hier sage ich natürlich auch ja, ich möchte zulassen, dass das Programm installiert wird, wähle hier Deutsch als Sprache aus, klick auf Weiter, Lizenzvereinbarung natürlich akzeptieren, installieren und das Programm ist installiert. So, jetzt klicke ich auf Starten und so sieht das Programm entsprechend aus. Was macht das Programm jetzt genau? Und zwar, ich habe relativ viele YouTube-Channels abonniert und ich verliere so ein bisschen den Überblick. Zum einen, welche Channels habe ich denn abonniert und auch, wo sind denn die letzten Videos bzw. was sind die letzten Videos? Und genau das kann ich hier konfigurieren. Ich habe hier auf der linken Seite meine entsprechenden Kanäle abonniert und wenn ich jetzt auf die entsprechenden Kanäle klicke, dann sehe ich auch, okay, das sind die letzten Videos, hier ist das Datum und entsprechend das ist der Videotitel und dann weiß ich auf einem Blick, okay, habe ich das Programm, habe ich das Video schon gesehen, ist es für mich interessant oder nicht. So, ganz wichtig, ich brauche, um jetzt hier Kanäle hinzuzufügen, keinen YouTube-Account. Das heißt, ich kann das auch ganz ohne Account machen, wenn ich zum Beispiel keinen Google-Account oder so anlegen möchte. Das brauche ich bei dem Programm nicht. So, ich gehe jetzt mal folgendes, oder ich mache jetzt mal folgendes, ich lege jetzt hier einfach einen neuen Kanal an bzw. füge einen neuen Kanal hinzu. Hierzu gehe ich mal auf YouTube und nehme mal zum Beispiel hier mal die Sportschau. Ich mache hier mal Stopp. So, und klicke mir einfach oder hole mir einfach die Kanal-URL hier oben raus, kopiere das in die Zwischenablage und sage jetzt hinzufügen, indem ich hier auf das Plus klicke. So, ich füge jetzt hier die Kanal-URL ein und sage Kanal hinzufügen. So, dann sieht man auch, hier ist entsprechend der neue Kanal hinzugefügt worden und hier sind die letzten Videos. So, ich habe jetzt Möglichkeiten, mir Benachrichtigungen senden zu lassen. Wenn jetzt neue Videos kommen oder vor allem auch neue Livestreams, neue Livestreams sind ja besonders interessant, ich möchte gerne direkt informiert werden, da ist jetzt ein neuer Livestream, ich möchte live dabei sein. Und da habe ich zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten sogar. Ich kann hier entsprechend eine Desktop-Notifikation oder einen Desktop-Alarm hinzufügen, indem ich das Ganze hier auf On klicke und dann bekomme ich ab sofort Desktop-Alarme. Das heißt, hier in dem Benachrichtigungscenter tauchen dann entsprechend die Meldungen auf bzw. hier unten, ich mache mal die Kamera kurz aus, hier unten erscheint dann so eine Nachricht von wegen, es gibt ein neues Video von Sportschau oder es gibt einen neuen Livestream von Sportschau und dann kann ich direkt da draufklicken und dann wird mir der Livestream auch angezeigt. So, ich kann mir auch E-Mails senden lassen. Klicke ich hier oben drauf, entsprechend hier auf das Kästchen sozusagen und dann bekomme ich E-Mails gesendet, wenn es einen neuen Livestream oder wenn es ein neues Video gibt. Und die dritte Möglichkeit, die ich habe, ich kann hier einen Offline-Alarm aktivieren. Wenn ich das mache, dann bekomme ich auch E-Mails, wenn das Programm zum Beispiel nicht läuft, wenn jetzt mein Rechner nicht läuft, dann bekomme ich selbst, dann bekomme ich E-Mails. Das ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn man unterwegs ist. Wenn man unterwegs ist und man möchte gerne auf dem Handy Benachrichtigungen bekommen, E-Mails bekommen, dass es da jetzt einen neuen Livestream gibt und ich sitze zum Beispiel in der Bahn und möchte live dabei sein, dann kann ich Offline-Benachrichtigungen hier entsprechend aktivieren. Sehr nützlich, weil das Programm, mein Rechner muss halt nicht 24-7 laufen, sondern der Rechner kann außer dem Programm, braucht nicht laufen und ich bekomme trotzdem Benachrichtigungen, dass es neue Videos gibt oder neue Livestreams. So, ich kann auch entsprechend Filter anlegen. Also zum Beispiel, mich interessiert nur, wenn der 1. FC Köln, ich komme ja aus Köln, wenn der 1. FC Köln spielt. So, und ich möchte nur benachrichtigt werden, wenn es jetzt neue Videos oder Livestreams zum 1. FC Köln gibt. So, da kann ich hingehen und kann hier auf dieses Filter-Symbol klicken und kann zum einen Inklusiv- und Exklusiv-Filter festlegen. Inklusiv-Filter, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Köln eingebe, dann werde ich nur benachrichtigt, wenn es neue Videos bezüglich Köln gibt, wenn es Livestreams bezüglich Köln gibt. So. Oder ich kann jetzt hingehen und sagen, okay, mich interessieren eigentlich alle Videos, außer jetzt von Bayern München, weil ich kein Fan vielleicht von Bayern München bin. Dann kann ich hier einen Exklusiv-Filter festlegen und sagen, ich möchte immer benachrichtigt werden, außer bei Spielen von FC Bayern. Das heißt, ich gebe hier einfach Bayern ein. So, dann bekomme ich keine Benachrichtigung, keine Desktop-Benachrichtigung, keine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Spiele von Bayern hochgeladen oder Livestreamt werden. So, wenn ich hier nichts eintrage, dann werde ich auf jeden Fall immer benachrichtigt bei neuen Sachen. Was kann ich noch machen? Ich kann zum Beispiel hingehen und kann innerhalb der Videos suchen. Nehmen wir jetzt hier zum Beispiel mal den Kanal und ich sage, ich möchte jetzt gerne in Videos suchen. Das heißt, nicht nur in den Titeln und in der Beschreibung, sondern in den Videos selbst. Also das, was gesprochen wird. Das funktioniert mit einer Speech-to-Text-Engine. Das heißt, ich kann hier wirklich Schlüsselwörter eingeben, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Bitcoin suche und auf Suchen gehe. Dann wird mir tatsächlich angezeigt, wann wird über Bitcoin geredet, wann wird über Bitcoin gesprochen und entsprechend wird mir das hier angezeigt. Zum einen das Video, der Videotitel hier entsprechend und dann wo gesprochen wird, beziehungsweise was gesprochen wird, das hier. Ich kann auch mit Doppelklick dann auf den Eintrag klicken und springe dann direkt zu der entsprechenden Stelle im Video. So, Doppelklick drauf. So, und springe dann direkt quasi zu dem Eintrag in dem Video. Machen wir hier mal Stopp. Nehmen wir mal noch eine andere Stelle oder ein anderes Video. Zum Beispiel hier wird gesagt, Bitcoin kaufen, das bedeutet, nochmal Doppelklick drauf. So, da springe ich also direkt zu der Stelle in dem Video. So, also sehr praktische Funktion, wenn ich bestimmte Sachen innerhalb von Videos suche, dann hier die Speech-to-Text-Engine, mit der kann ich dann entsprechend suchen. So, ich habe hier unter Einstellungen meine E-Mail-Einstellungen, die ich festlegen kann. Das heißt, hier gebt ihr euren E-Mail-Account an, wenn du E-Mails oder wenn ihr E-Mails bekommen möchtet. Ne, da müsst ihr hier eure E-Mail-Daten entsprechend eintragen, damit die E-Mails auch versendet werden können. So, generelle Einstellungen gibt es hier unten noch. Zum einen kann ich die Sprache einstellen, Englisch oder Deutsch. Jetzt ist es auf Englisch und entsprechend hier kann ich Deutsch auswählen. Jetzt ist es wieder Deutsch. Wenn ich Offline-Benachrichtigungen erhalten möchte, muss ich hier nochmal eine E-Mail-Adresse angeben. Da werden dann meine Offline-Benachrichtigungen, das heißt, wenn das Programm nicht läuft, hingesendet. Ich kann festlegen, wann ich entsprechend Benachrichtigungen bekommen möchte. Also entweder sofort, stündlich oder auch nur einmal am Tag. Das kann ich hier auch festlegen. Autostart bedeutet, wenn ihr diese Option einschaltet, dann wird das Programm immer gestartet, wenn Windows startet. Und ich kann auch die Skalierung einstellen. Das heißt, wie groß wird mir hier alles dargestellt. Das ist jetzt auf 120% eingestellt. Ich kann es auch kleiner machen, auf 100% zum Beispiel oder auch auf 150%. Dann sieht man, das wird halt entsprechend immer größer. So, lassen wir mal auf 120%. Wie gesagt, das Wichtigste sind hier oben die Optionen. Das heißt, eine Desktop-Benachrichtigung, die hier rechts dann auf dem Bildschirm erscheint. Wenn ich zum Beispiel am Rechner sitze, am Rechner arbeite, auf einmal ploppt hier so eine Meldung auf. Neues Video von Blogtrainer oder neues Video von Sportschau. Dann schalte ich entsprechend das ein. Oder eine E-Mail-Benachrichtigung, dann schalte ich das ein. Dann bekomme ich eine E-Mail. Entweder auf mein Handy, wenn ich es konfiguriert habe. Oder entsprechend hier auch auf meinem Desktop. E-Mail, okay, weiß ich, alles klar. Es gibt ein neues Video. Ich kann euch auch mal zeigen, wie so eine E-Mail aussieht. Und zwar, ich glaube, ich habe die hier mal vorbereitet. Genau. So, das sieht dann so aus. Entsprechend machen wir das nochmal größer. So, das steht drin, von wem ist das neue Video, welchen Titel hat es, wie lange ist das Video. Und ihr könnt hier direkt auf den blauen Button klicken. Dann kommt ihr direkt zu dem Video. So, und wie gesagt, hier die Offline-Benachrichtigung. Dann bekomme ich auch E-Mails, wenn das Programm nicht läuft, wenn der Rechner nicht läuft. Hier auf der rechten Seite sind entsprechend die letzten Videos. Und da kann ich auch mit Doppelklick draufklicken und komme dann direkt zu dem entsprechenden Video. So, hier ist also das entsprechende Video. So, genau. Wenn ich das Programm jetzt minimiere, dann ist das erstmal hier unten in der Taskleiste von Windows nicht mehr zu sehen. Aber wenn ihr jetzt hier neben die Uhr klickt, beziehungsweise auf diesen Pfeil. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier unten seht. Dann ist auf jeden Fall so ein kleines Icon da vorhanden. Und entsprechend, wenn ihr da doppelt draufklickt, dann erscheint auch das Fenster vom Video-Alarm wieder. Also Video-Alarm auf jeden Fall ein kleines nützliches Tool, um so ein bisschen den Überblick zu behalten über die abonnierten Kanäle, über die neuesten Videos, über die neuesten Livestreams. Alle Infos findet ihr auch nochmal auf YouTube-Alarm.de. Da ist nochmal alles ganz genau beschrieben, was das Programm macht, wie das Programm funktioniert. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.